Willkommen zurück bei noch in der Battlefield. Eine Runde Scavenger auf Azadi Palace mit Andreas. Du hättest mich jetzt immer ein wenig überrascht, Andreas. Das bist du. Was? Du bist Andreas. Ich weiß, aber... Jajajaja. Du hast gar nicht gesagt, woher... Wieso holst du das auf? Ja, ich könnte theoretisch. Aber dann hat man da so ein komisch... Ach, der geht zu uns. Dann hat man da oben so ein komisches Action-Banner-Anzeigeding. Was für eine Action-Anzeige... Achso, der ist mein Zeug. Ich nehm mit der anderen Software auf. Und weil die geiler ist, ist die halt geiler. Ich bin voll am abkacken, wie vor ne Waffe. Oh, es leckt. Ich dachte, ich hätte ein Headshot gegeben. Aber ne. Aber ne, du. Aber ne, aber gar nicht so. Sag mal, ich bin nur am verrecken jetzt hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ha! Ey. Guck dir's mal an. Er hat's 1 zu 5 gleich. Ja, wieder die... Oh, Mann. Sag mal. Ich steh da in der Ecke. Gerade am Waffe nachladen. Und dann kommt da so ne Fotze. So ne kleine, dreckige Fotze. So, aber wenigstens einen gekriegt hier. Wow! Ich hab 2 zu 7, ey. Wahnsinn! Ha! Headshot! 93R. Oh fuck. Scheiße, ich wollte bei dir tun. War wohl nix. Oh mein Gott. Oh, das hätte auch viel gemusst, Alter. Wenn ich den eiskalten Headshot verpasst hab. Gib mir. Ah scheiße, ich wollte doch... Hau grad nehmen. Der war ein Zielchen. Boah. Boah, voll die realistischen... Oh gut. Oh, das ist eine Granate. Ich hab die QBZ. Glaub ich. Glaubst du? Oder weißt du? Nee. Ich weiß gar nicht. Headshotzer. Ich komm auch da hin. Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Hallo. Hallo. Wir sind bei C und D. Der schnorz ich jetzt hier meine MK3. 3A1. Ich glaub das ja gar nicht. So, hier kann man auch noch ein bisschen schnorren gehen. So, auf zur Munitionsküste. Oh fuck. Warum muss immer einer von hinten kommen? Ich hätte die so locker wegropsen können. Juhu. Ich hab mal wieder keine Primärwaffe. Ich renne hier gerade nur mit der Magnum rum. Ganz nackig. Ey. Scheiße. Mensch, reifisch ist zu klein. Weißt du das? Bin schon wieder mit der Hand gegen die Tastatur gekommen. Super Homo. Gib mir die Waffe. Spass 12 finde ich ja persönlich nicht so geil. Aber besser als nix, ne? Ich hab ja die ganze Zeit Schüsse von hinten. Der hat mich gerettet. Ich weiß einfach nicht, ob's Gegner sind. Alter. Ich hab so ein Pech. Sagst du, halt mal schön die Fresse von wegen Pech. Ich schieße immer auf den Gegner, der nicht schießt. Beziehungsweise immer auf den harmlosen. Wenn hier einer sagen darf, dass er Pech hat, dann nicht. Wie viel Spieler ist denn da? 32? Äh, ich glaub schon, ne? Sieht so aus, ne? Ach dey. Ach, fuck. Warum rennen sie alle mit Schrufen? Ich könnte hier Medi-Packs schmeißen, das ist ja nice. Ja. Reanimieren, das wär noch nicer. This would be fucking awesome. Aber warum? Oh yeah. Wie deine Waffe. Oh yeah. Ey. Alter. Ich hatte am Anfang 7 zu 0, jetzt hab ich 8 zu 6. Gut, ne? Geht ja voll ab. Nee, eh. Ja, die kriegt zu viel, ey. Ich glaub ich schmeiß gleich die 44er Magnum weg. Ich bin nur auf den Senkel. Ja, Spaß 12, Junge! So, 78 MCF. Maa, ich kann so kotzen. Was spielst du eigentlich für ne Pistole? 93, ja. Oh man. Ich will ja eigentlich die 44er Magnum spielen, damit ich halt so ein bisschen lerne, auf den Kopf zu zielen. Aber... Das einzige, was ich mach, ist daneben schießen. Boah, ganz im Ernst, ne? Fickt euch, wo's... Geh. Vital Vax. Los. Oh mein Gott. So, gib mir eh. Oh, nice. Geil. Ich will schon mal erwähnen, dass die Ironsides von Battlefield 3 scheiße sind. Was für Ironsides? Weißt du, du meinst, normal käme ein Korn oder was? Ja, ja. Klar. 94. Alter, mein Ping ist bei 286. Warum? Meiner bei 27. Warum? Warum ist er so hoch? Warum? Ich versteh's nicht. Ich bin jetzt wieder Magnum, ist mir egal. Hey. Du hast mich. Hallo. Ich hab die B90. Ich hab gar nix. Oh Gott. Ab nach A. Schön wieder reinfiehen gehen. Ich steh drauf. Oh, er macht 90 B, ne? Ne. Ich find den scheiß Muni-Pack nicht. Wo ist Muni? Lol, ich krieg keinen einzigen Hitmarker. Ich ziel genau drauf und hab keinen einzigen Hitmarker bekommen. Wollen die mich verarschen? Ja, klar. Fotze. Hier war ich doch schon 2000 Mal. Gibt's hier überhaupt Muni-Pack? Wie genau soll ich denn da drauf zielen? Also, genauer als ins Gesicht kann ich nicht. Tut mir leid, dass er fehlt. Von 34er gekillt. Er ist bestimmt eh wieder sein zweit Kau und so. Nachdem er einmal bis Level 100 gezockt hat, muss er jetzt nochmal bis Level 100 zocken, weil er sonst nix zu tun hat. Was ein Wichser, ey. Ich hab gar keinen Plan, wo die Gegner sind. Ich spiel gerade MK3A1 und ich hab noch 3%, kann mir natürlich kein Medi-Pack schmeißen. Ja, klar. Wer wird gekillt, stehen ja nicht nur 15 Leute da im Gang. Hä, WTF? Boah. So ein Locker. Oh mein Gott. Ich krieg ja wieder sehr viel hin. Oh, Spot Spawn bei mir. Awesome. Ich krieg aber in dieses 1x10 Punkte. Und ein gemessert. Oh, schnell weg. Boah. Uh. Warum werde ich immer von hinten überrascht? Ich hasse dieses Spiel dafür. Du wirst von hinten überrascht. Ja, gar nicht witzig. Ich weiß es nicht. Das fand ich auch so geil neulich bei TourNalfman. Dann, äh, der, 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 der. Was ist denn, ne? Jake so, ja, voller. Allen. Ich hab, wir haben in den Studio Überraschungstest geschrieben. Ja und? Ich war sehr überrascht. Hehehehe. Pass auf, das ist ein Gegner. Ich hab's grad gesehen. Hey, ich hab sogar ne Granate. Guck mal. Furze. Toll. Weißt du, wo ich hinterherrenne? Hinter'n Gegner, der vom anderen gekillt wird. Das ist gut. Fühlt man sich gebraucht? Wie fühlt man sich gebraucht? Guck mal, ne Armbrus. Armbrus. Mein Armbrus. Ich mag Brüste. Hä? Was ist mit Brüsten? Die Ärmel haben? Tja. Tat weiß ich noch nicht. Da bin ich mir unschlüssig. Oh, Pechenek. 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 Oh, ein 3-19-Gesuch. Oh, ein noch so'n Schuss und ich will meine Knarre behalten. Welcher hast du denn grade? SVD. AK-74. Ähm. Oh, Junge. Das war Hälfte daneben. Ich nur bei dir, ey. Das ist generell bei mir mindestens Hälfte daneben. Blau noch B1 nehmen. Los. Ja. Ja. Ja, 78 MTS. Geht doch. MK3, ja eins. Juhu. Ich find die gar nicht mal so schlecht. Geht auch wohl. Ich hab voll das Gefühl, die 78 MTS hier hat, äh, Slug. Aber ich weiß es nicht, was sie hat. Ich hab noch nicht von einer gekillt und hab mir das da noch nicht gemerkt. Ja, klar. Boah. Was ein Luck-Shot. Weißt du, ich hör so, wie der das ganze Magazin schießt. So, und der letzte Schuss trifft mich im Kopf und ich verreck. Gut. Da freut man sich. Das ist die Freude groß, ey. Der WTF ist klar, weißt du. Ja, Klaas-Shot auf jeden Fall. Ah, ich hab ne Einser-Kadi wenigstens geschissen gekriegt. Oh man, da hinten ist schon einer am Schimmeln. Juhu. Fotze. M10-14. Ohhhh. Ne, die Schrufen hinter, die 78 MTS ist halt gar nichts drin. Kein Schlag, kein gar nichts. Ich hasse es so. Ah, fuck. Beim Anvisieren, beim, beim Anvisieren von der Magnum ist das so, dass, oder vor allen Dingen, wenn du läufst und dann anvisierst, dann wackelt die Knarre so dermaßen hinterher, dass du einfach nicht weißt, wann du schießen kannst. Jedenfalls, ich weiß es nicht. Und meistens so, selbst wenn ich dann drauf bin und dann abdrück, geht der Schuss voll daneben. Weil wegen Battlefield. Genau. Liegt der da mit MP443 auf dem Boden und knallt mich einfach ab. Ah, warte, Fotze. Da hinten, hier Noten. Ja, du ekelhafter Homo. Boah, jetzt gehen wir fast zum Mausbett aus. Nein! Jetzt hab ich den einen Spasti nicht mal mehr gekriegt. Schwul! Ich hab ihn! Jetzt! Irgend so'n komischen Homo, der mit der MP443 und mit Schalldämpfer auf dem Boden lag. Boah, 3200 Punkte, immerhin. Zweitletzter. Bleiben wir drauf oder gehen woanders hin? Ist egal. Nee, komm, machen wir noch eine Rückrunde. Additional Points. Ist das irgendwie WXP oder so? Äh, nicht, dass ich wüsste. Ach nee, die Punkte kriegt man doch immer bei Dings, oder?